Wer um alles in der Welt hat sich gedacht, es wäre toll, Lifeweaver eine Ziehenfähigkeit zu geben. Nein, komm her. War es vielleicht der Designer hinter diesem Skin? Oder derjenige, der Bootboxen entfernt hat? Oder war es vielleicht der Typ hinter Divas Arschvergrößerung? Whitney und ich haben uns wegen unserer Challenge mit jedem Heiler einmal die meisten Kills unseres Teams zu haben, Valeria und dem Blumenmann gekauft und... Ja, seht einfach selbst, ich weiß selber nicht ganz genau, was ich... Ja, gut, okay, dann kaufe ich mir die alte jetzt. Ich auch, wie viel muss ich ausgeben? Zehn Euro. Kaufen. Ja, danke dafür, dass ich den jetzt habe. Der ist sogar barfuß, Digga. Ah, ich gebe die Schwuchengold für den Spaß, Digga. Mercy fehlt halt noch, äh, ja, halt noch Kiriko, Digga, Kiriko, Lifeweaver und die Sch... Ach, andersrum, Leise und Valeria, Digga. Was? Ich sage, ich mache mich direkt mal an Lifeweaver, ich muss ein bisschen halt in die reinkommen. Dann sage ich Mercy, weil da würde ich auch gerne reinkommen. Gott, meine, äh, lieben Herren, ich bin gestorben, Digga. 21 Schaden, 21 Schaden. 23 Heilung, 23 Heilung, 23 Heilung. Wow. What the fuck? Boah, Lifeweaver wird so schwierig. Das ist mein Ulti. Baum. Hab einen. Sehr gut. Hab auch nicht einen, aber, äh, hab Schaden gemacht, wenigstens. Reinhold hat, wollte mich ficken. Ah, er hat's auch geschafft. Ich, Reinhold, ficken. Was? Oh, scheiße. Ich glaube, ich werde wegen Trawling gebannt, actually, heute nach diesem Game. Ficker! Was soll ich sagen? Aber ich hole halt auch diese Gegner so dumm zu mir. Oh, scheiße, diese Dings, Ulti. Okay, 5 Gays, 1600 Damage. Wir sind gut dabei. Scheiße, wir haben echt gar nichts. Halt doch rein! Ich gucke, wenn du den rein hast. Ich hab ihn! Ja! Ich hab's! Ich hab's! Du hast das erste Rund. Ja! Ja, dann mache ich jetzt Ilari, Digga. Ja. Ich gucke schnell, was sie kann, überhaupt. Wir haben ein bisschen Sympathie aufbauen, weil wir werden nichts heilen. Wen habe ich hochgepumst? Danke dafür, Mann. Mich? Mich? Oh, ja. Die Moira. Achtung, die, wa? Ich hole dich wieder her. Geteiltes Leid. Ja, danke. Was heißt das, heute, die Scheiße? Geteiltes Leid, doppeltes Leid. Nein, komm her. Digga, warum? Tust du das? Wie kann ich dich? Ich kann dich nicht holen. Ich kann dich nicht holen. Jetzt. Mach dich hoch. Baum machen. Ich sterb sonst. Achtung, hier ist noch ein Baba-Buba. Nerv das! War dummes Nerv das. Ich bin Kehlspitzenreiter. Ich bin Kehlspitzenreiter. Meine Damen und Herren, starten Sie das und das. Scheiße, Hanso hat mich mega. Aber wir haben beide sechs Skills. Es läuft halt nicht schlecht. Was sagt er aber für eine dumme Sprache? Ist er irgendwie... Früher gab es, glaube ich, mal einen Bug, dass wenn Widow ihre Ulti gemacht hat, dass ihre Ulti sich einen größeren Arsch hatte als ohne. Ilari, die Alte. Live-Ree wie der Olle. Ich habe früher immer gemacht, in Overwatch 1. Ja, ja. Weißt du, was ich jetzt mache deswegen? Ja, und nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Ja. Ja, das war witzig. Das war lustig. Komm her. Bin tot. Toll. Du hast mich von meinem Heilfeld weggemacht und in den Tod gezogen. Das war ja krank. Das ist geteilt. Das ist doch mit der Slide. Das ist doch mit der Slide. Wow, scheiße. Ich habe die Oriza wirklich vor ihrem Tod gebewahrt. Das war der erste gute Ziehen. Du hast meine Ulti damit gerastet, ne? Also, was war das denn? Ich spiele echt gern. Ash, Arschritze, Digga. Da würde ich gerne meinen... Das kannst du nicht sagen. Ash ist schon mal Wrecking Ball super gut. Super gut. Kriegen beide nicht ultra viel Kills. Ja, doch, Ash schon, wenn man die gut spielt. Ja, ich boge jetzt einfach mal, dass sie nicht gut ist. Oder vertraust du etwa Markus viel? Ne, Markus viel nicht, aber vertraust du Alec? Alec Gordon? Ich glaube, den kenne ich. Ja, normaler Overwatch 2 Ash Skin. Ich muss den mal kurz inspizieren. Nein. Hab irgendeinen geholt, Digga? Hab den reinholt. Ich hab dich in den Rasier. Hab ihn. Hab die auch abgeholt. Sieben Kills. Ich hol dich da. Danke, dass du mich wieder reingeholt hast. Gerne, gerne, lieb, gerne. Okay. Valeria geschafft. Valeria geschafft. Schau, boy. Oh. Ja, bin gerade abgelenkt. Oh Gott. Nicht die dumme Jaka, Queen. Mhm. Telefon nicht allowed, Symbol MS1. Hab scharf, Schütze-Duell gewonnen. Wuuu. Mach den Baum. Bye, have a great time. Danke, dass du mich in die Schussbahn bringst. Gerne. Ja, tu. Ich schlafe auf meinem Blatt. Du musst einen Kill. Einen Kill hättest du machen müssen. In wenigen Sekunden halt nur noch. Ich hab's. Ich hab's. Du hast es, du hast es. Es kann doch nicht sein, dass ich die coolen Charakter alle first try. Ich hab Ramadan. Boah. Irgendwie Doppelkind oder sowas. Was richtig gut ist. Du hast halt am meisten Kills, actually. Hab den in den Yata. Oh, dieser Reinhardt. Wie geht mir auf den Fersen. Hängen wir an den Fersen. Super nervige Sache. Äh, check, äh, Dings. Checkpoint-Routine, ich wollte es nicht sagen. Oh, Ramadan. Ich bin runtergefallen. Einfach runtergesprungen. Warum? Nein, ich bin auch runtergeplumpst. Ich hab's noch überlebt. Ich bin wieder hochgeflogen. Aber hast du's? Hast du's? Ja, noch. Noch. Ich hab's. Sie haben keinen Kellen gemacht. Danke, lieber Gott. Challenge fertig. Challenge fertig. Liveweaver geschafft. Alle geschafft. Das ist, glaube ich, wenn du so Mausbämst oder sowas. Mausbämst oder Tastatur spammen, während du respawnst. Kiriko hat mich aus unserem Spawn rausgeholt. Einfach abgetötet, abgesaftet, Digga. Also. Ich will auch, dass ich Kiriko absaftet.